Du weißt jetzt nicht, ich liebe dich in einer fremden Sprache. Wie heißt das auf Japanisch? Eichterung. Oder? Felix, du suchst auch deine große Liebe. Hast du hier schon eine Frau gesehen, wo du sagst, die möchte ich kennenlernen? Das entscheide ich nach der letzten Frage. Das 1%-Fiss. Immer donnerstags um 20.15 Uhr in Sat.1. Englische Woche in der Bundesliga. Das Top-Spiel in München. Der Rekordmeister empfängt den VfB Stuttgart. Ja, der kommt nochmal, der wird so schwach. Und Dortmund hat noch eine Revanche gegen Mainz offen. Was ist denn hier los? Jetzt verliert die Glauben. Und der Treffer zählt. Bis du bin. Bayern gegen Stuttgart, heute ab 19 Uhr. Und Dortmund gegen Mainz, Dienstag ab 19.50 Uhr. Live in Sat.1 oder streamen auf Join. Oh Tannenbaum, oh Tannenbaum, Illumina, not the test. Eins, zwei, drei. Easy to meet the art of Italian lingerie.